Diese Woche gibt es noch einen kurzen Quick-Tipp mit dazu und zwar zum Logic Update 10.7.5. Das konnte ich jetzt nicht in den Shorts packen und das ist das Verschachteln von Summen-Stapeln. Darauf haben viele Logic-User und vor allem auch ich ewig gewartet, denn das ist insbesondere beim Drum-Mixing ultra nervig gewesen. Du siehst also hier, ich habe hier eine Drum-Spur geöffnet. Hier habe ich verschiedene Spuren, meine Kicks, meine Snares und so weiter. Und alles, was du jetzt in den alten Versionen vor 10.7.5 machen konntest, war einen Summen-Stapel, also eine Art Gruppenspur für diese Drums hier zu erstellen, indem du hier oben auf Spur gegangen bist und dann Spur-Stapel erzeugen. Jetzt hätte ich hier in diesem Fall also hier meinen Drum-Bus gehabt und das wäre es auch schon gewesen. Wenn wir uns das im Mixer hier angucken, siehst du es auch, den kann ich jetzt zuklappen und aufklappen und das war es. Was jetzt viele genervt hat, insbesondere auch mich, ist, was, wenn ich jetzt hier weitere Summen-Stapel in diesem Drums-Gruppen-Bus verschachteln möchte. Denn so mischt man eigentlich akustische Drums, die mit vielen Mikrofonen meistens aufgenommen worden sind. Also hier Kick-In, Kick-Out, Snare, Snare-Top, Snare-Bottom und die Toms zum Beispiel. Das ging jetzt nicht, das heißt man musste mühselig sich hier einen Auxiliary-Channel anlegen und den wieder zurückrouten in den Drums-Bus. Und das geht jetzt Gott sei Dank viel einfacher, denn du kannst Summen-Stapel in Summen-Stapel verschachteln. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir löschen nochmal diesen Summen-Stapel hier, den ich angelegt habe. Und jetzt gruppieren wir zunächst mal die Spuren, bei denen es auch wirklich Sinn macht, sie zu gruppieren. Also zum Beispiel hier meine Kick. Ich habe mir einen Tastatur-Kurzbefehl angelegt, da kann ich es sehr schnell machen. Das sind jetzt zum Beispiel meine Kicks. Snare-Top, Snare-Bottom. Dann lege ich einen weiteren Summen-Stapel an. Das ist einfach meine Snare-Drum. Und was auch noch Sinn machen würde, wären vielleicht die drei Toms. Wenn die so aufgenommen sind, dass sie gut klingen, dann kann man die auch mal zusammen einfach in einem Gruppen-Bus bearbeiten. Das sind meine Toms. So, wir gehen nochmal in den Mixer rein. Und jetzt siehst du hier, wir haben eine Gruppenspur, die Kick, die Snare-Drums und meine Toms. Schön übersichtlich jetzt hier alles. Hi-Heads und Overheads brauchen wir in keine Gruppe zu packen. Und alles, was du jetzt machen musst, ist einfach hier diese ganzen Spuren, die du reinpacken möchtest, zu markieren. Du gehst hier wieder auf Spur. Auf Spur-Stapel erzeugen. Ich möchte meinen Summen-Stapel. Und zack, ist das hier mein Drum-Bus. Jetzt kannst du hier auch schon im Mixer sehen. Zack, es ist alles wunderbar zusammengeklappt. Und ich habe jetzt hier meine Kick-Gruppe, meine Snare-Drum-Gruppe und meine Tom-Gruppe unter einem Dach unter dem Drums-Bus. Das ist wirklich ein wahnsinnig hilfreiches Update, wenn nicht das Hilfreichste überhaupt, den Logic 10.7.5. Endlich können wir Logic-User zügig und komfortabel Akustik-Drums abmischen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial, bis dann!